Moin Moin, Herzlich Willkommen wieder einmal hier auf meinem Channel. Weiter geht's mit dem Meiden Shop. Leute, ich hoffe euch geht's soweit gut. Ihr habt ausgeschlagen und seid fit. Bevor wir starten unterstützt ein Crater mit Impact 2.8. Da würde ich mich freuen, wenn ihr den einträgt und für die nächsten zwei Wochen ist er abgespeichert. So, Like und Abonnieren aber auch nicht vergessen, gehört dazu. Aber wie gesagt, alles kostenlos, wenn ihr mich gerne supporten möchtet. So, ihr seht es oben gleich. Teenage Mutant Ninja Turtle ist wieder zurückgekommen, aber soweit bekannt. Apple O'Neill, Meister Splinter. So, die So Witcher, die Hexer sind auch wieder zurück. Auch die ist alles mit dem alten FNCS. Ja, 2 zurück. Na gut. Haut euch jetzt nicht wirklich vom Hocker. Na gut. Wagen Saint Steel. Hm, die wurde das hinzugefügt. Drozera, Rufus alias Rocket. So, Dreschdeckel. Ok, jetzt Spitzhacke. Mhm. Sonst hat sich nichts besonderes getan. Ne, das war es erst mal wieder. Würden wir trotzdem freuen wir uns nicht mal wieder mit einschalten. Ansonsten geht es heute Abend wieder wie gewohnt weiter mit Volina Live on Stage. Das war's. Bin raus. Danke, fürs Zusehen. Genießt die Sonne noch. Ciao für now.